hallo herzlich willkommen ich bin der samtex wookie und ich zeige euch den erfolg waffenspiel schalten sie fünf feinde mit fünf verschiedenen waffen in weniger als 30 sekunden aus das ganze ist natürlich black ops 3 und wie ihr seht habe ich mir eine neue waffe gemacht und die hoch zum level braucht man sowieso für den erfolg alles gekauft alles ausgerüstet und so weiter also eine neue waffe hochliffen und dazu habe ich unten rechts seht ihr die extra reingemacht andere also fremde waffen aufheben dann dürfte es ja eigentlich gar kein problem sein wir gehen in die missionsauswahl suchen uns ein level aus wo natürlich viele feinde sind schwierigkeit ist für den erfolg egal und ja das ganze ich mache es auf gut und recruit und dann natürlich suche man eine map aus wo viel los ist und dann hast du automatisch schon drei waffen du hast deine primärwaffe deine pistole eine kannst du aufheben raketenwerfer zum beispiel ich dachte mir hier dann habe ich das geschützt noch von dem auto hier vorne also dann ist das der erste dann nämlich das sturmgewehr die zweiten dem wie die waffe auf dann sind es drei gern das geschützt sind wenn ich nimmt immer es sind es vier die zeit läuft eben die waffe auf und dann noch ein feind und dann müsste eigentlich kommen normalerweise wahrscheinlich waren es zweimal die gleiche waffe dann mal die schrott und da ist also die ist kein problem das geht ganz leicht sicherlich habt ja schon für die was das nicht haben ganz easy eigentlich hier muss nur das waffen aufheben ausschalten auf leicht viele gegner und dann ein killen die waffe aufheben in 30 sekunden ist das gleich zum schaffen ich wünsche euch viel spaß euer wuki